Hallo, mein Name ist Zertan Gür. Heute geht es in diesem Video um das Thema Infinitiv mit zu. Zuerst erkläre ich den praktischen Gebrauch und danach lösen wir ein paar Beispiele dazu. Die Infinitivsätze mit zu werden nach bestimmten Verben verwendet. Zum Beispiel der Staat empfiehlt den Bürgern zu Hause zu bleiben. Oder mit Nomen, mit Verben, zum Beispiel hier haben, ich habe sowieso keine Lust nach draußen zu gehen. Und Konstruktion mit S. Es macht heutzutage viel Spaß in der Natur zu wandern. Infinitivsätze mit zu funktionieren wie Nebensätze. Das Verb steht am Satzende. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Hier ist der Hauptsatz der erste Teil und im nächsten Teil sehen wir eine satzwertige Konstruktion und das Verb steht am Satzende. Im Hauptsatz gibt es nur ein Subjekt. Ein Infinitivsatz hat kein eigenes Subjekt. Roland plant, nach Stuttgart zu fahren. Hier ist das Subjekt Roland und im nächsten Teil sehen wir überhaupt kein Subjekt. Das Verb wird nicht konjugiert und bleibt in der Infinitiv-Form. Das Wort zu wird vor dem Verb gesetzt. Isabel versucht den Computer zu reparieren. Und ein paar Beispielsätze. Es ist bestimmt toll, ein Semester im Ausland zu studieren. Das würde auf Türkisch dann heißen, wie das Beispiel, Jutlische nebirene mokumak kesiniklaharika. Und auf Englisch, Ich vergesse manchmal, abends den Müll rauszubringen. Und auf Türkisch, Und auf Englisch, Es ist nicht leicht, im Bergwerk zu arbeiten. Und auf Türkisch, Mah deiner Celschmack kolaj dihildr. Englisch, It is not easy to walk in the mine. Das Infinitiv mit zu benutzt man mit bestimmten Verben, Aber auch mit Verben, Die eine Absicht, Einen Plan Oder einen Wunsch ausdrücken. Zum Beispiel das Verb planen. Ich plane, Nach Kalifornien zu fliegen. Das nächste Verb, Beschließen. Wir beschlossen, Das Rauchen aufzuhören. Das nächste Verb, Sich auf etwas freuen. Ich freue mich darauf, Dich nie wieder zu sehen. Und es wird auch mit bestimmten Verben benutzt. Hier das Beispiel lernen. Mein Sohn lernt, Schlagzeug zu spielen. Empfehlen. Der Arzt empfiehlt dem Patienten, Auf Kohlenhydrate zu achten. Werner fängt an, Japanisch zu lernen. Vergessen. Inge hat vergessen, Ihren Aufsatz zu kontrollieren. Eine Information, Wollen und Möchten werden nie mit dem Infinitiv zu verwendet. Er möchte, er will, an der Bude einen Dörner essen. Er plant, an der Bude einen Dörner zu essen. Das Infinitiv mit zu benutzt man bei Äußerungen mit Nomen. Damit kann man sagen, wie man etwas empfindet. Sie hat keine Zeit, Abendessen zu kochen. Oder, ein anderes Beispiel, Ich habe keine Lust, nach draußen zu gehen. Und Menschen haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Es macht mir Spaß, eine Fremdsprache zu lernen, aber das ist hier auch ein unpersönlicher Satz. Das Infinitiv mit zu verwendet man auch bei Konstruktionen mit S. Damit wird gesagt, wie man etwas findet. Und das ist auch ein unpersönlicher Auszug, wie im Beispiel, Es ist schön, es ist toll, und so weiter. Es ist schön, euch wiederzusehen. Manchmal ist es anstrengend, allein Deutsch zu lernen. Es ist schwierig, während der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben. Aufpassen, das Während hier ist im Kasus genetiv. Und es ist verboten, im Zoo Tiere zu füttern. Und es ist nicht erlaubt, am Wochenende im Wald zu wandern. Trennbare Verben in Infinitivsätzen. Bei trennbaren Verben kommt das Zu zwischen die Vorsilbe und dem Hauptteil vom Verb und wird zusammengeschrieben. Zum Beispiel das Verb nachdenken. Hier nachzudenken. Beispiel, letzte Woche hatte ich viel Zeit, über alles nachzudenken. Übung, Übung, Struktur. Jetzt bist du dran. Bitte am Satz Ende Pause klicken und die Antwort laut aussprechen. Lukas und Nadia wollen am Wochenende nach Berlin fahren. Planen. Lukas und Nadia planen, am Wochenende nach Berlin zu fahren. Er möchte in seine Heimat fliegen. Mit dem Verb sich auf etwas freuen. Er freut sich darauf, in seine Heimat zu fliegen. Ich möchte die Tür abschließen. Mit dem Verb versuchen. Ich versuche, die Tür abzuschließen. Übung 2. Wortstellung. Normen mit haben. Bitte nach der Aufgabe Pause klicken, die Wörter in die richtige Reihenfolge setzen und die Antwort laut aussprechen. 1. Zeit. Ich. Heutzutage haben. Waschen. Auto. Mein. Heutzutage habe ich keine Zeit, mein Auto zu waschen. 2. Lust. Keine. Ich. Haben. Meinen. Meinen. Rausgehen. Freunden. Mit. Ich habe keine Lust, mit meinen Freunden rauszugehen. Und das letzte Beispiel. Macht. Ihm. Spaß. Es. Einkaufen. Im. Wochenmarkt. Die Antwort. Ihm macht es Spaß, im Wochenmarkt einzukaufen. Übung 3. Konstruktion mit S. Ich finde es schwierig, bei Lehrm einzuschlafen. Wir werden einen unpersönlichen Satz bilden. Es ist schwierig, bei Lehrm einzuschlafen. Im Wald wandern verboten. Eine Tabelle. Wir werden noch mal einen unpersönlichen Satz bilden. Das heißt, es ist verboten, im Wald zu wandern. Und zuletzt, Fahrradfahren im Park erlaubt. Noch einmal ein unpersönlicher Satz. Es ist erlaubt, im Park Fahrrad zu fahren. Und zuletzt ein paar Hinweise für euch. Die Audiotateien vom Kursbuch könnt ihr unter diesem Link downloaden. Und auch die Lektion zu Hause alleine üben. Und es gibt auch einen Text zum Lesen. Der Titel heißt, nur das Beste für das Haustier. Ist auch zum Thema, zu Lektion 7 geeignet. Und nicht vergessen, die Online-Übungen zum Kursbuch sind auch unter diesem Link. Die Lösungen zum Arbeitsbuch könnt ihr hier finden. Und das Ganze werde ich euch auch über Edmodo schicken. Vielen Dank fürs Zuhören.